Jetzt sagen sie nicht, es ist wieder Dienstag. Wenn es stimmt, dass Bilder die Menschen mehr beeinflussen, als Worte es vermögen, dann hat Angela Merkel in dieser Woche mal wieder als Einzige alles richtig gemacht. Während von Fipsi Röslers USA-Reise nur das peinliche Foto in Erinnerung bleibt, auf dem er den Chefredakteur der Bild-Zeitung so innig umarmt, als seien er und der Gossen-Journalismus-Fachmann bei Geburt getrennte Zwillingsbrüder, die sich nach über 50 Jahren zum ersten Mal in die Arme fallen, lieferte Angela ganz professionell ein super Motiv nach dem anderen ab. Erst war sie beim Papst und auf dem Pressefoto scherzt sie mit dem Papst derart vertraut, als treffen sich die beiden seit 50 Jahren regelmäßig zum Kaffeeklatsch. Dann war sie beim Champions-League-Endspiel. Fußball ist nun mal der Volkssport schlechthin und da kann Merkel als Volkskanzlerin schlecht nicht hin. Für Fußball interessiert sich die Kanzlerin zwar vermutlich noch weniger als für Religion und Politik, aber so ein Endspiel hat Top-Einschaltquoten und ist als Fototermin unverzichtbar. Und da hat sie aber auch wieder zwei großartige Motive hingezaubert. Auf dem einen Foto schüttelt sie dem Gewinner Uli Hoeneß auf Augenhöhe die Hand. Ein starkes Signal an alle Unionswähler, dass man die Seine nie wirklich fallen lässt. Auf dem anderen Foto beugt sie sich gönnerhaft zum Verlierer Jürgen Klopp herunter und alle Welt darf rätseln, was sie ihm wohl als Trost ins Ohr geflüstert hat. Wahrscheinlich, Kopf hoch Kloppo, Peer Steinbrück braucht noch ein paar Loser in seinem Kompetenzteam. Von Angela Merkels kleinem Gegenspieler gibt es natürlich auch ein Champions-League-Endspielfoto. Darauf sieht man Peer Steinbrück mit BVB-Schal und vor Enttäuschung gesenktem Kopf. So ein Foto würde der Merkel einfach nicht passieren. Die würde sich niemals mit einem Fanschal erwischen lassen, bevor endgültig feststeht, wer gewonnen hat. Mutti ist immer auf der Seite der Gewinner. Dazu passt auch das neueste Foto. Die Kanzlerin steht in einem schönen Garten neben dem neuen chinesischen Ministerpräsidenten Li, der seinen Antrittsbesuch absolviert. Auf dem Bild wird nicht vertraut gescherzt und da werden noch keine Hände geschüttelt. Auf dem Bild steht der chinesische Ministerpräsident wie ein Musterschüler, aufmerksam lauschend neben der Kanzlerin, die ihm mit einer ausladenden Geste seinen Platz in der Welt erklärt. Und von dieser geballten Merkel-Fotoshow muss ich mich jetzt erstmal erholen und mache Sommerpause. Bis neulich im August.